Um die Sprachenausbildung an der HLW und HAC Landek möglichst lebensnah, aktuell und effizient zu gestalten, veranstalten die Sprachlehrer und Sprachlehrerinnen unserer beiden Schulen in den verschiedenen Sprachen Auslandsaufenthalte mit Sprachkursen durch muttersprachliche Lehrkräfte. Die Sprachwochen in den Fächern Italienisch und Französisch, in der HLW und SprachenHAC in der dritten Klasse und in Spanisch und Russisch in der fünften Klasse sind eine einmalige Gelegenheit, einerseits die sprachlichen Kompetenzen V.O. zu verbessern und andererseits die Kultur der einzelnen Länder besser kennenzulernen. In der Comit- und MedienHAC wird in der dritten Klasse eine Sprachreise nach England, meistens nach London, veranstaltet. Die Italienisch-Gruppen fahren häufig nach Florenz oder La Spezia. Wir waren aber auch schon in Reggio Emilia und Robea. Unsere Französisch-Gruppen fahren in der Regel nach Cannes. Die Spanisch-Gruppen waren schon sehr oft in Sevilla und Granada. Die Russisch-Gruppen waren schon in St. Petersburg, Moskau und Sochi. Was sagen unsere Schüler und Schülerinnen zur Sprachreise nach La Spezia? Die Sprachwoche in La Spezia war ein außergewöhnliches Erlebnis für uns alle. Wir konnten unsere erlernten Sprachkenntnisse in Italienisch anwenden und selbstverständlich auch verbessern. Dabei kam der Spass natürlicherweise auch nicht zu kurz. Die Sprachreise nach La Spezia war eine sehr gute Möglichkeit, mein Italienisch zu verbessern. Und außerdem durfte ich mit meinen Freunden viele schöne neue Erinnerungen sammeln. Ich habe La Spezia sehr schön gefunden. Vor allem war unsere Gastmama sehr nett und zuvorkommend. Mir hat die Sprachreise so gut gefallen, da wir unsere Italienischkenntnisse verbessern konnten und dabei viel Spaß hatten. Die Sprachreise nach La Spezia hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mir eine gute Möglichkeit gegeben, mein Italienisch zu verbessern. Außerdem konnte ich viele neue Erinnerungen sammeln. Die Sprachreise war sehr eindrucksvoll und ich war begeistert darüber, wie höflich die Gastfamilien waren. Die Sprachreise nach La Spezia